Noch ein sehr interessantes Abschließungsdruckspiel. Viel Spaß! Ich weiß nicht, aber leider haben wir die erste Tore in die 7 Art, ja. Ja, wir verlieren sie jetzt sehr. Jetzt sehen wir uns, dass jeder in der Laststunde mit Führung mit seinem Sonntor hinzu hier in der Rolle 10. Simon Fasper, Spielschmerz mit Sonnenspiel. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.